Sechzehnte Lektion Drei Stunden später Siehst du, jetzt trinkst du schon den fünften Whisky. Und du das achte Bier. Das ist auch nicht besser. Komm, wir nehmen ein Taxi und fahren nach Hause. Oh nein, es geht mir so gut hier. Wie viel Uhr ist es? Es ist zwölf. Was? Schon so spät? Ja, es ist Mitternacht. Geisterstunde. Also komm endlich. Ich bringe dich nach Hause. Warte. Ich brauche noch einen kleinen Whisky. Gegen die Geister. Übung Sie nehmen ein Taxi und fahren nach Hause. Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Danke. Und Ihnen? Wie viel Uhr ist es? Es ist elf Uhr. Er braucht einen Cognac. Es ist kalt. Sie nimmt den Mantel. Dann gibt es, dass mir das nicht corridors cũngögst. Wie ist es? Wenn ich ein paar Mal mit der Zeit Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020